Ich brauche dich, Herr. als meinen Lehrer. Täglich brauche ich dich. Gib mir die Klarheit des Gewissens, die allein dein Geist erspüren kann. Meine Ohren sind taub, ich kann deine Stimme nicht hören. Mein Blick ist getrübt, ich kann deine Zeichen nicht sehen. Du allein kannst mein Ohr schärfen und meinen Blick klären und mein Herz reinigen. Lehre mich, zu deinen Füßen sitzen und auf ein Wort hören. Aus dem Evangelium nach Markus In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor ihnen verwandelt, seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Da erschien ihnen Elia und mit ihm Mose, und sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren vor Furcht ganz benommen. Da kam eine Wolke und überschattete sie, und es erscholl eine Stimme aus der Wolke. Dieser ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemanden mehr bei sich außer Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot er ihnen, niemandem zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie, und sie fragten einander, was das sei, von den Toten auferstehen. Was bedeutet nun diese Verklärung Jesu für uns? Einerseits zeigt sie uns die göttliche Natur Jesu. In diesem Moment wird deutlich, dass Jesus mehr ist als ein einfacher Mensch. Er ist der Sohn Gottes, der von Gott selbst bestätigt wird. Durch die Anwesenheit von Mose und Elia wird auch die Verbindung zum Alten Testament hergestellt. Jesus ist der Erfüller der alttestamentlichen Verheißungen und der Höhepunkt der Heilsgeschichte. Andererseits zeigt uns die Verklärung Jesu aber auch, dass wir als Gläubige Teilhaber an dieser göttlichen Herrlichkeit sein können. Durch unseren Glauben an Jesus Christus und seine Botschaft können auch wir verwandelt werden. Wir können das Licht Gottes in uns tragen und Zeugen seiner Liebe und Gnade sein. Die Verklärung Jesu erinnert uns daran, dass unser Glaube nicht nur aus Worten besteht, sondern auch aus Erfahrungen und Begegnungen mit Gott. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass Gott in unserem Leben wirkt und uns nahe ist. Dafür müssen wir uns Zeit nehmen, uns von ihm führen lassen und ihm vertrauen. Musik Einen Mund ein gutes Wort zu sprechen und zwei Hände, die zärtlich sind beim Handeln und zwei Ohren, die offen sind für Leises und ein Herz, das Platz hat für die Liebe und zwei Augen zu sehen, gut und böse und zwei Füße, den Weg nach Haus zu finden Einen Menschen, der dir wird zur Heimat und vertrauen, dass du geborgen bist Der Berg, der Berg Tabor wie auch der Sinai ist der Ort der Nähe zu Gott Er ist der gegenüber dem alltäglichen Dasein erhöhte Raum, wo die reine Luft der Schöpfung geatmet werden kann. Er ist der Ort des Gebets, an dem man in der Gegenwart Gottes steht, wie Mose und Elia, die neben dem verklärten Jesus erscheinen und mit ihm über den Auszug sprechen, der ihm in Jerusalem bevorsteht, das heißt sein Pascha. Betend taucht Jesus in Gott ein. Er vereint sich innig mit ihm. Er bejaht mit seinem menschlichen Willen den Willen der Liebe Gottes und so bricht das Licht über ihn herein und die Wahrheit seines Seins kommt sichtbar zum Vorschein. Er ist Gott, Licht vom Licht. Um in das ewige Leben einzugehen, muss man auf Jesus hören, ihm auf dem Weg des Kreuzes nachfolgen und dabei, wie er, in der Hoffnung auf die Auferstehung stehen. Möge der Segen Gottes auf dir ruhen, dass deine Augen stets das Gute sehen und den Weg der Wahrheit erkennen. Mögen deine Ohren für die Stimme der Liebe und des Mitgefühls geöffnet sein, um die Bedürfnisse anderer zu hören und ihnen beizustehen. Möge dein Mund Worte der Weisheit und Freundlichkeit sprechen, um Frieden und Trost zu bringen. Möge dein Herz von der Liebe Gottes erfüllt sein und dich dazu bewegen, anderen bedingungslos zu helfen. Und möge der Heilige Geist dich führen und stärken, damit du ein Segen für andere sein kannst. Amen. .